habe mir kaffee gemacht ww lasst ihn dir schmecken wir müssen das gleiche in den park duschen können auch noch mal geht immer nicht nach hause die sache mal die dusche reparieren das duschen jetzt können wir in dem park ist schon 8 uhr sprechen wir mal und speichern m drücken du sprichst aus was du denkst ja ja das ist das problem bei mir oft oft ich muss mich da muss ich überlegen was ich sag hier also ab in den park gibt es ja gar nicht so viel was gibt es denn noch wir müssen im park vielleicht finden wir da ein paar leute nahmen wir müssen alleine gehen den wir die die muskel zeigen können ich spreche zwar lieb viel lieber in skype aber von mir aus für nina können wir auch ds reden wieso geht das nicht was was willst du denn das passt doch du hast doch teilgenommen an bank heißt du hast doch teilgenommen an bank heißt oder du nimmst teil war was auch so hier muskeln zeigen die können wir doch oder wieso können wir nicht anklicken hierher gehen auf geht's wieso kann ich nicht wieso kann ich eine frau nicht anklicken was soll das kann ich die anklicken koppel vorstelle natürlich immer koppel hier so eine spießerin mit mit dutten zu was und brille hier eine bibliothekarin ach du hast ein eigenes okay also ist man da ungestört war wunderbar wenn dann musst du mir sowas vor ort beibringen also dann wärs doch schon gut weil ich weigere mich sowas zu spielen eigentlich also mehr auswahl freundlich erstmal muskeln zeigen ich bin deswegen hier um muskeln zu zeigen jawoll erst der muskeln zeigen auf geht's wir müssen zwölf leuten wir müssen unser allerdings muss zwölf leuten zeigen genau das ist gezeigt muskeln ja hat es geklappt dann der die muskeln zeigen immer kokett vorstelle auf geht's geht er weg die halte freut sich hier so mehr auswahl freundlich mehr auswahl muskeln zeigen muskeln zeigen vier passt die nächste die nächste bitte kokett vorstelle auf geht's kokett vorstelle passt und sofort ding zeigen hier auswahl muskeln zeigen action auf geht's 5 15 ja passt der da kokett vorstelle scheiß egal ob man jetzt geht nur darum die quest zu erfüllen ok dem haben wir uns mal geprügelt am anfang mehr auswahl freundlich muskeln für den wälder wieso denn wenn dann bin ich dir eher zu alt so 6 was ist denn das für ein hoshi egal auswahl kokett vorstelle schau mal was alles um die hoshi herum kommt hier alle unwiderstehlich finden nicht fühlen finden muskel zeigen auf geht es einfach anhalt und jedem sein der muskel zeigen 7 15 wunderbar ist der nächste hier du da luisa kokett vorstellen auf geht's hat gut gekontert klar ich kann nicht schon sehr gut kontinuieren hast du vielleicht gemerkt hier nur konnte ich vielleicht im stream etwas nicht achtdeutiger sondern vielleicht nur zweideutig da haben freundlich mehr auswahl muskel zeigen von 15 mein ex ist 29 also so weit weg ist das nicht und jetzt okay das ist ein kompliment ich bin ja ich bin ja auch ich bin ja erst mal ganz knapp über 30 eigentlich wir haben wir schon musste uns sagen haben wir schon getan hier auswahlfreundlich okay haben wir schon dann müssen wir noch jemand wie viele wir sind das schaffen wir noch gern noch sind noch sieben stück müssen wir muskeln zeigen komplett vorstellen auf geht's oder den hier scheißegal da hier mehr auswahl freundlich und wo ist das mit muskeln zeigen haben wir das schon gemacht da muss er lachen nein wirst du besser als weinen oder nicht soll ich jetzt weinen was immer du willst mache ich ich weine auch wenn es sein muss der zurückgemacht und das ganze schachbild war irgendwie wieder gerade perfekt kannst du etwas beibringen meinst du erst mal kokett vorstellen auf geht's glaube ich nicht hier ich bin derjenige der lernen muss hier muskeln zeigen 9 15 ok 9 15 die kennen wir ja schon mehr auswahl freundlich muskeln zeigen auf geht's ich brauche noch muskeln 10 15 wunderbar hat der schon meine hat der schon meine muskeln gesehen kokett vorstellen hier so macht mein quest geht in den park und macht jeden an hier mehr auswahl nicht romantisch freundlich mehr auswahl mit muskeln zeigen gags wie viele punkte die kliniken 48 hast du ich brauche noch ein paar leute kann ich den kindern meine muskel auch zeigen dass es oder es ist egal eigentlich hier so nicht so schlecht will aber nicht die kinder über den kennenlernen müssen sein mit dem los hier ist noch jemand kokett vorstellen auf geht's also theoretisch hier treller musst du auf den kanal von gags tv points hier musst du lesen was da steht hier weiß ich nicht siehst du das nicht was da steht hier ach so der link wieder einmal gelöscht ok deswegen eine virgin an der nachstelle wasser so tief jetzt hab ich den link gepostet schade dass das von twitter mal gelöscht wird auf geht's kokett vorstellen hier soo ich muss noch vier meine muskeln zeigen das ist mein klingt noch vier mal mein ding zeigen haha freundlich eine auswahl muskeln zeigen hier ok noch drei habt ihr sie schon gesehen ne noch nicht du musst lesen was da steht kappa ja stimmt ja freundlich mehr auswahl muskeln zeigen war doch ne gute idee mit dem park soo der hat glaub ich auch noch nicht gesehen weiter gehts hier jetzt steht da auch noch auf anstatt ich einfach hingehe hat's geklappt mehr auswahl freundlich mehr auswahl muskeln zeigen nein wenn nightbot was löscht dann sagt er es das wird von twitch gelöscht weil es so eingestellt ist eigentlich wenn nightbot was sagt dann löscht dann sagt er hier du penner du hast einen link geschrieben nightbot meldet sich schon ich hab den nicht auf still gestellt im channel ist eingestellt wenn irgendjemand einen link postet wird er gelöscht aber mods und ich als channel betreiber sollen nicht gelöscht werden nur momentan klappt es wahrscheinlich mit bei den mods weil der andere ist ja mod gibt da verschiedene sicherheitseinstellungen ok aber weißt du ja bestimmt kokett vorstellen auf gehts julian bach auf gehts ok ok mehr auswahl freundlich mehr auswahl muskeln zeigen muskeln zeigen 14 so noch einmal dann habe ich es geschafft noch eine person die muskeln zeigen dann habe ich es durch geschafft ihre spiel schon wieder yeah wir sind noch ein paar dahinten ich werde wieder müde ja wir machen jetzt gar nicht mehr so lang wir machen jetzt gar nicht mehr so lang würde ich sagen jetzt mache ich noch diese quest fertig dann machen wir noch was wir lang dort in der bank heißt überhaupt noch oder war der es gerade genau dann fall los hier 11 minuten ok dann machen wir das nicht mehr machen wir das vorher erst mal die quest hier zurechtweisen und wütend toben wieso denn das nee nur weil die mit der anderen rummacht nee muss doch nicht sein mehr auswahl freundlich mehr auswahl muskeln zeigen auf gehts wunderbar 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 und zwar sind wir fast davor bodybuilder zu werden 15 sims im fitness also das erwartet euch im nächsten stream machen wir mal so eine art teaser hier hier 15 sims im fitnessstudio unterrichten level 10 der fitnessfähigkeit erreichen maximales körperliches potenzial deine sims erreichen wie geht denn das trainiere weiter regelmäßig um die maximale muskelmasse zu erreichen ah ich verstehe ich verstehe hier so dann machen wir es einfach so für alle die da waren als belohnen hier haben wir gesagt machen wir das ganze hier ich wollte es eigentlich mittags machen hier nina oder so 1 2 3 oder so ich muss schauen wie ich ja wieder ich muss dann auch hier davor sitzen vor dem ganzen pc hier noch umschneiden rummachen und so ich wollte eigentlich um 3 anfangen oder um 12 oder um 1 2 aber das schaffe ich nicht ich muss ja auch noch pennen mal gucken mal gucken mal gucken aber auf jeden fall ist es heute heute abend spätestens klar je früher desto besser je früher desto besser wirst auf jeden fall in facebook lesen als erstes kannst doch so mal direkt schreiben dann kann ich doch mitteilen vorher oder so wie du willst keine ahnung wie du möchtest also machen wir das mal hier äh hier das und das und das und das gutes wetter mit pc rummachen uiuiuiuiui ist gutes wetter echt weiß ich nicht schau mal lol raffel hier machen wir erstmal okay das war dann der letzte bank heißt für heute erstmal na na